Hallo, ich bin Gerrit Danz, Gründer von Präsentarium und Autor des Campus Bestsellers Neu Präsentieren. Wen möchtest du beim Präsentieren eigentlich erreichen? Dein Publikum, nehme ich mal an. Oder vielleicht etwas genauer, das Hirn deines Publikums. Denn das ist die Kommandozentrale fürs Denken, fürs Empfinden, fürs Fühlen und Entscheiden. Durch bildgebende medizinische Verfahren, wie zum Beispiel die Kernspinn-Tomografie, haben Wissenschaftler heute einen viel genaueren Überblick, was im Hirn von Menschen vor sich geht. Welche Hirnregionen unter bestimmten Bedingungen besonders aktiv sind. In dieser Röhre, wie man ja sagt, sieht man, ob Menschen in besonderer Weise auf den Reiz reagieren. Wenn dabei bestimmte Gebiete des Gehirns besonders aktiv, lässt sich daraus schließen, ob zum Beispiel Glücksgefühle, Angst oder andere tiefe Emotionen vorliegen, die in einem 1 zu 1 Interview gar nicht zur Sprache kämen, weil man es vielleicht gar nicht sagen will. Und deshalb wäre es nicht messbar. Heute möchte ich dich mit einem Prinzip vertraut machen, das ich für mich selbst entwickelt habe und was viele meiner professionellen Rednerkollegen heute nutzen. Und ab heute gerne auch du. Das Neuro-Prinzip. Schauen wir uns die Buchstaben des Neuro-Prinzips noch ein wenig näher an. Was bewirkt Kommunikation, Werbung und Präsentationen im Hirn der Menschen und was können wir daraus lernen? Geht los mit dem N. Neuartig. Ein neuer Mann, eine neue Frau, neues Haus, neuer Mensch, ein neues Auto. Neuigkeiten haben den gewissen Gänsehaut-Effekt. Alles, was neu ist, weckt unser Interesse. Neuigkeiten sind so mächtig, dass das Wort neu in der Werbung nur eingeschränkt genutzt werden darf. Die Neuerung darf nicht zu lang zurückliegen, sonst gibt es eine Strafe, sagen die Juristen. Das Hirn liebt Neuigkeiten. Der Hippocampus, unser Gedächtniszentrum, ist eine Art Neuigkeiten-Scanner. Wir gleichen ein Erlebnis, etwas Neues, permanent mit bereits vergangenen Erlebnissen ab. Ist es mit nichts Bekanntem vergleichbar, geht das rote Neulämpchen an, dann wird wieder der Botenstoff Dopamin ins Hirn geschickt. Und die Folge ist, die Merkfähigkeit steigt. Wissenschaftler der Uni Magdeburg haben dies in Untersuchungen festgestellt. Wann immer du in einer Präsentation eine Neuigkeit einbaust, zum Beispiel in Form einer zum Thema passenden Tageszeitungs-News, wird dein Publikum aufmerksam lauschen. Du kannst den gleichen Inhalt sicher auch in Bullet-Point, Aufzeichnungs-, Auflistungszeichen an die Wand werfen. Damit wirfst du allerdings auch eine Riesenchance weg, dein Publikum zu fesseln. Der nächste Buchstabe in Neuro ist das E, steht für emotional. Für das Gehirn ergeben nur emotionale Botschaften einen Sinn. Und nur Informationen mit einem emotionalen Wert haben eine Chance verankert zu werden. Von 40 Millionen Infobits pro Sekunde werden nur 40 bewusst wahrgenommen. Das heißt, 99,99% laufen im Unterbewusstsein ab. Frage, wie kommt man da rein? Durch Emotionen. Und wenn Emotionen Schlüssel zum Unterbewusstsein sind, sind Bilder der Schlüsselbart. Wann immer du ein Bild in den Köpfen entstehen lässt, wird eine abstrakte Information konkret, sichtbar, erlebbar, empfindbar. Ich sehe deinen Punkt, sagt man, wenn man etwas verstanden hat. Ein abstraktes Argument plötzlich in ein Bild verwandelt wird. Und schon entsteht eine Emotion. Beispiel, so ein Satz wie, unser Masterplan sieht vor, dass wir durch die Implementierung von Signalanlagen und den Verkehrszeichen 237 und 240 eine Entmischung herbeiführen. Hast du ein Bild? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir werden in unserer Stadt Ampeln und neue Verkehrsschilder aufstellen, die Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer voneinander trennen, damit Kinder sicher nach Hause kommen. Das ist der gleiche Inhalt wie dieser erste Satz, allerdings nun bildhaft kommuniziert. Und die Frage lautet, welche Version hast du besser verstanden? Welche Version bewegt dich mehr und welcher kannst du eventuell mehr zustimmen? Der dritte Buchstabe in Neuro ist U wie Überraschungen. Die sorgen nämlich dafür, dass Nervenzellen für einen ganz kurzen Moment Samba tanzen. Und je ungewöhnlicher man dann präsentiert, umso besser. Wenn also in einem Werbespot-Klassiker ein Auto die Sprungschanze hochfährt, dann ist das so eine Art Hä? Und das führt dann zu einem Aha. Dieser kurze Moment charmanter Irritation. Wenn Statistiker zum Beispiel die Entwicklung der Weltbevölkerung mit Hilfe von diesen bunten Ikea-Plastikkissen darstellt, dann ist das auch überraschend. Das ist dann überraschend und genial. Das R, das nächste Buchstabe, steht für radikal, kommt aus dem Lateinischen. Radix, die Wurzel, alles auf die Wurzel zurückführen, heißt also wirklich vereinfachen. Mein Appell an dich, vereinfache radikal. Eine der ältesten, aber nach wie vor gültigen Kommunikationsregeln heißt KISS. Keep it simple, stupid. Dein Publikum wird dich küssen, wenn du es ihm so einfach wie möglich machst. Lass es am besten gar nicht denken. Lass es hören, lass es sehen, lass es fühlen, riechen. Lass Filme in den Köpfen ablaufen. Don't let them think, raten meine amerikanischen Rednerkollegen. Mach es so einfach, so klar, so konkret, dass das Publikum gar nicht denken muss. Denn wenn es denkt, wird es dir nicht zuhören. Und das willst du garantiert nicht. Letzter Buchstabe in Neuro ist das O, steht für organisiert. Es ist kein Zufall, dass das Hirn als Denkorgan und das Wort organisiert rein sprachlich so nah beieinander liegen. Denn das Hirn organisiert uns und es liebt organisierte Strukturen. Ordnung, sonst kann es nämlich nicht lernen. Insofern macht ein organisiertes Vorbereiten und eine argumentative Ordnung der Präsentation absolut Sinn. Wer also Ordnung schafft und kommuniziert, sorgt dafür, dass sich das Publikum Botschaften besser merken kann. In einem weiteren Beitrag kannst du dazu hier den rhetorischen Fünfsatz kennenlernen. Ich informiere dich gern darüber. Melde dich einfach hier zu meinem Coachingbrief an. Den Link gibt es hier rechts oder in den Shownotes. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, wie kann ich meine Rhetorik verbessern, trainieren, wie kann ich lernen, wie kann ich üben oder wie präsentiere ich professionell und erfolgreich, dann habe ich ebenfalls hier rechts oder unten in den Shownotes mehr Tipps für dich und zwar in meinem E-Book die Präsentation deines Lebens. Der Titel wurde inspiriert durch einen Seminarteilnehmer, dessen Chef nach der ersten Präsentation infolge unseres gemeinsamen Seminars meinte, du, das war die Präsentation deines Lebens. Dieses E-Book möchte ich dir gerne schenken. Trag dich einfach hier rechts oder in den Shownotes ein. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir meinen Campus Bestseller neu präsentieren, den du schon kennst. Ebenfalls Link anbei. Und wenn du tiefsehartig ins Thema eintauchen möchtest, dann gibt es ein gemeinsames offenes Seminar in Hamburg, das regelmäßig stattfindet. Auch dazu findest du in den Shownotes oder hier im Text den Link. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Erfolg beim Präsentieren. Auf bald! Gut. gut-